Hallo, in diesem Video möchte ich mich nochmal mit dieser Aufgabe hier beschäftigen, die man hier unten sieht. Und zwar diesmal mit Hilfe der Maschenstromanalyse. In einem vorherigen Video habe ich dieses Beispiel, diese Aufgabe, die mir mal ein Student zugeschickt hat. Vielen Dank nochmal dafür. Schon einmal mit Hilfe, und ich muss das passende Fenster suchen, mit Hilfe der Zweigstromanalyse gelöst, habe mir hier auch ein bisschen die vorbereitete Lösung des Studenten angeguckt. Die war an sich schon ganz richtig, habe die nochmal ein bisschen besser und geeigneter geordnet nach, was sind eigentlich die gesuchten Größen in der Schaltung, was sind die gegebenen Größen, und dieses Gleichungssystem dann in Octave eingegeben und dort gelöst. Da kam dann, kann ich nochmal kurz zeigen, hier so die ganzen Ströme raus und eine Spannung, die Spannung über dieser Quelle, alles relativ krumme Werte. Und weil man das dann schwer im Kopf nachvollziehen konnte, ob dann das jetzt stimmt, ob diese Werte eben diese Zusammenschaltungen von Widerständen und der Spannungs- und Stromquelle hier erfüllen, habe ich noch in einem anderen Video, und die kann ich ja dann gern verlinken, hier drunter in der Videobeschreibung, das Gleiche auch nochmal in LTSpice gelöst und gezeigt, wie das geht. Und ich kann hier nochmal auf Simulieren klicken, und dann sieht man, wenn man das jetzt hier vergleicht, dass da dann schon für die Ströme und so genau die gleichen Werte rauskommen. Das ist in den vorherigen Videos auch ganz gut und ganz nachvollziehbar erklärt. Eigentlich alles ganz nett. Das Problem ist jetzt, wenn man eben keinen Octave hat, keinen Computer zur Verfügung, dann kann man natürlich nicht mit dem Computer dieses 6x6 Gleichungssystem lösen, und man hat auch, wenn man keinen Computer hat, keinen LTSpice zur Verfügung. Naja, und also ein Nachteil an dieser Zweigstromanalyse ist definitiv, dass da ein ziemlich großes Gleichungssystem rauskommt, 6 Gleichungen, 6 Unbekannte in dem Fall, weil es eben 3 Knoten, 3 unabhängige Maschen gibt, 4 Knoten, 3 unabhängige Knoten und 3 unabhängige Maschen. Das ist zwar ein dünn besetztes Gleichungssystem, aber möchte man das von Hand lösen? Eigentlich nicht. So, und deshalb kommt jetzt ein anderes Netzwerkberechnungsverfahren zum Tragen, mit dem man diese Aufgabe ja auch probieren kann. Also hier ist noch in der Aufgabenstellung Superposition vorgeschlagen, aber das schien wohl problemlos zu funktionieren, da gab es jetzt keine Frage zu. So, die Frage bezog sich auf die Maschenstromanalyse und auch da hat mir der Student freundlicherweise schon mal so einen Lösungsvorschlag zugeschickt und den würde ich jetzt in diesem Video tatsächlich ganz gern diskutieren. So, und das heißt, um das gut hinzubekommen, kopiere ich mir mal wieder die Schaltung, um die auf einen Blick zu haben, mache mal STRG-C und gehe mal in mein Zeichenprogramm hier rein und suche die Mauszeiger und mache mal eine neue Notiz auf und füge mal das Schaltbild hier so ein, mache das ein bisschen kleiner, dass das nicht ganz so dominant hier auf der Folie ist und ich noch ein bisschen Platz habe, was dazu zu schreiben und suche mir auch noch mal diese Maschenstromanalyse-Lösung raus und kopiere die jetzt genauso ohne den Randrings rum und füge mir die ja auch mal ein und schiebe die hier oben so ein bisschen hin, dass ich das so nebeneinander habe. Mal gucken, wie ich das noch kleiner hinbekomme. So sieht das doch ganz gut aus. So, und damit würde ich jetzt mal ganz gern anfangen, das zu diskutieren und ich nehme mal einen roten Stift, nicht weil ich jetzt hier falsche Sachen dran schreiben will, aber weil sich der einfach ganz gut abhebt. Okay, so, was ist jetzt die Idee, grob noch mal diskutiert von der Maschenstromanalyse oder dem Maschenstromverfahren, so wie es hier steht? Wir wollen jetzt ein Gleichungssystem bekommen mit weniger Gleichungen und weniger Unbekannten, das sich einfacher von Hand lösen lässt. Und das ist die Idee von der Maschenstromanalyse und von der Knotenspannungsanalyse. Anzahl der Gleichungen im Gleichungssystem reduzieren. Bei der Maschenstromanalyse fängt man mit den Maschensätzen an, bei der Knotenspannungsanalyse fängt man mit den Knotensätzen an. Also hier brauchen wir jetzt Maschensätze, wir brauchen unabhängige Maschensätze. Wo kriegen wir unabhängige Maschensätze her? Naja, wir kriegen die wieder aus dem vollständigen Baum. Hier ist dieser vollständige Baum wieder eingezeichnet. Das wäre jetzt, wenn ich das wieder hier so einzeichne, genau diese Verbindung von allen Knoten, ohne dass es einen geschlossenen Umlauf gibt. Das ist genau dieser vollständige Baum. Und wenn man jetzt diesen vollständigen Baum über die verbleibenden Zweige schließt, dann ergeben sich unabhängige Maschen. Und das ist jetzt hier passiert. Also hier kam eine erste Masche raus, wenn wir das über diesen verbleibenden Zweig hier schließen. Ja, und man sagt dann eben, jetzt beliebig nummeriert, das ist unsere erste Masche und gibt ja einen beliebigen, aber festen Umlaufsinn. Der soll hier entgegengesetzt des Urzeigersinn sein. So, und dann wäre jetzt die vielleicht da liegende und intuitive Lösung, die zweite Masche einfach hier drüben hin zu wählen. Hat jetzt der Student sich für eine andere Variante entschieden, die aber genauso okay ist. Also er hat gesagt, die zweite Masche, die geht ja auch nochmal da lang, wo eigentlich schon die erste Masche war und schließt dann hier das über diesen anderen verbleibenden Zweig. Also die zweite Masche ist nicht nur dieser kleine Teil hier, sondern das soll alles das hier ringsherum sein. Im Prinzip eine Masche hier unten gesamt in dieser Schaltung. Auch total okay. Und dann den verbleibenden dritten Zweig, der wird da oben geschlossen. Das ergibt dann eben diese dritte Masche. So, und dafür sind jetzt jeweils Maschensätze aufgeschrieben. Und die sind schon so aufgeschrieben, dass da jetzt diese Maschenströme, diese gedachten Ströme, die in dieser Masche fließen, drin auftauchen. Und das können wir jetzt einfach mal kurz nachvollziehen, ob das so passt. Also fangen wir mal an. In dem ersten Maschensatz, also hier steht jetzt sozusagen eigentlich und uneigentlich auch, die Summe von allen Spannungen, wenn wir hier einen Maschenumlauf aufschreiben. So, und dann taucht da natürlich die Spannung über den Widerstand R1 auf UQ1, UQ3, U1, U3 und U4. So, und dieser Widerstand hier, der wird ja jetzt sowohl von dem ersten als auch von dem zweiten Maschenstrom durchflossen. Genauso dieser Widerstand R3 hier oben, da fließt auch der erste und der zweite Maschenstrom durch. Durch den vierten Widerstand fließt nur, wie man sieht, der erste Maschenstrom. Naja, und dann haben die jeweils noch eine Richtung und dann taucht da noch diese Quelle drin auf. Auf jeden Fall, wenn man das mal alles so aufschreibt, kommt man schon da drauf, dass dieser erste Maschenstrom, der, der hier fließt, der ist eben assoziiert mit diesem, diesem und diesem Widerstand R1, R3, R4. Das passt. Also kann ich mal hier so ein Häkchen hinter machen. Das ist richtig. So, der zweite Maschenstrom fließt in dieser Masche hier, ja, kommt dieser zweite Maschenstrom vorbei an den Widerständen R1 und R3 und er fließt auch in die, in die gleiche Richtung wie dieser erste Maschenstrom, deswegen steht hier ein Plus. R1, R3 passt. So, und dann kommt hier oben noch dieser dritte Maschenstrom an. Ähm, der fließt auch durch diesen Widerstand, der hier oben in dem Zweig ist. Das ist der Widerstand R3 und der fließt auch in die gleiche Richtung wie der Maschenstrom IM1, deswegen steht hier auch ein Plus. Also das, da war so ein kleiner rot korrigierter Strich. Ähm, das soll auf jeden Fall ein Plus sein. Dritter Maschenstrom, das stimmt auch. So, sehr gut. Gut, dann, ähm, gibt's noch diese Spannungsquelle und die läuft, oder da zeigt der Spannungspfeil in die gleiche Richtung wie dieser Maschenstrompfeil und das heißt, eigentlich steht hier dann auf der Seite ein Plus UQ1. Wenn man es auf die andere Seite rüber holen, wird da auf jeden Fall ein Minus. Ich mache mal aus dem Null ein Q, so wie ich das in dem vorherigen Video gemacht habe, mache mal hier ein Q draus. Also das ist Minus UQ1. Das passt auch. Also erster Maschensitz ist auf jeden Fall schon mal richtig. Dann können wir uns den zweiten Maschensatz anschauen. Oh, und der zweite Maschensatz. Ähm, das wäre jetzt ein Maschensatz eben für diese ganze Masche hier. Und jetzt können wir gucken. Also dieser zweite Maschenstrom in dieser zweiten Masche, ja, hier drüben, der fließt durch den Widerstand R2, den Widerstand R5, den Widerstand R3 und den Widerstand R1. Und deswegen steht hier, wo der zweite Maschenstrom steht, das ist ja hier schon so sortiert nach Spalte für den ersten Maschenstrom, ähm, Spalte für den zweiten Maschenstrom und Spalte für den dritten Maschenstrom. Ich hätte die, finde das mit dem Römisch 1 und Römisch 2 und Römisch 3 nicht so toll, weil das vielleicht, wenn man unsauber schreibt, nicht so gut erkennbar ist. Ich hätte die irgendwie anders genannt. Ich hätte die vielleicht IM1, ähm, IM2 und IM3 genannt. Aber das ist totale Geschmackssache. So, also auf jeden Fall stehen hier genau diese Widerstände R1, R2, R3, R4, R5 verbunden, verknüpft mit dem Maschenstrom I2 für eben diesen Zweig. So, dann können wir gucken als, ja, Koppelwiderstände, also Widerstände, die jeweils von zwei Maschenströmen durchflossen werden, gibt es dann wieder den Widerstand hier oben und den Widerstand hier, wo sowohl IM2 als auch IM1 oder I1, I2 die beiden Maschenströme durchfließen. Genau den gleichen Eintrag wie hier. Letztendlich, wenn man das in Matrixform aufschreibt, muss das symmetrisch sein. Bezüglich der Hauptdiagonale steht hier wieder R1 plus R3 mal I1. Mal den ersten Maschenstrom in dem Fall. So, und dann können wir noch gucken, da die Widerstände suchen, die sowohl vom Maschenstrom I als auch vom Maschenstrom II durchflossen werden. Das ist der hier oben und der hier oben. R3 und R5 und da zeigen die beiden Strompfeile auch in die gleiche Richtung. R3 und R5 durchflossen auch vom Maschenstrom I3. Das passt, das ist auch richtig. So, und jetzt müssen wir noch schauen, in dieser großen Masche hier, was tauchen da für Quellen auf? Da taucht hier diese Quelle UQ1 auf, wieder in die gleiche Richtung, wie die Masche zeigt. Die Masche zeigt gegen den Uhrzeigersinn, fließt hier nach unten der Maschenstrom, zeigt hier in die gleiche Richtung. Also wieder ein Minus UQ1. Jetzt weiß ich nicht so richtig, wo hier das U2 herkommt. Also das U02, das soll wieder die Spannung sein hier drüben. Das nenne ich auch gleich mal um in UQ2, so wie in meiner vorherigen Lösung immer. Aber das U2 hier ist irgendwie komisch. Das ist ja gar nicht bezeichnet im Schaltbild, weiß ich nicht. Das ist auf jeden Fall das UQ1. Das ist das gleiche wie hier oben, auch mit einem negativen Vorzeichen. Das passt soweit. So, und Maschestrom entgegengesetzt des Uhrzeigersinns zeigt hier dieser Spannung entgegen. Das heißt, die würde eigentlich auf der Seite hier mit einem Minus stehen. Auf die andere Seite rüber wird daraus ein Plus. Das passt auch. Also so rum wird da dann ein Schuh draus. Das stimmt. Und jetzt brauchen wir noch die letzte Masche hier oben uns anschauen, die von diesem dritten Maschestrom hier hauptsächlich erstmal durchflossen wird. Und da gibt es den Widerstand R3, R5 und hier oben R6. Genau, hier ist irgendwie das R ist so ein bisschen überdeckt, aber das steht hier hier Strom. Also R3, R5, R6 durchflossen vom Maschestrom I3. Das passt. Das stimmt. Dann hat diese dritte Masche eine Verbindung mit der zweiten Masche, mit dem zweiten Maschestrom über diese beiden Widerstände hier und hier. Also über den und den, R3 und R5, R3 und R5 und auch in die gleiche Richtung mal R2 mit einem Plus. Das passt. Und diese dritte Masche hat eine Verbindung mit der ersten Masche über den Widerstand R3, über den hier. Hier ist allerdings falsch. Das ist wahrscheinlich so ein Copy und Paste Fehler, weil die Matrix muss ja symmetrisch sein. Naja, die Matrix, aber hier vorne muss natürlich trotzdem der Strom I1 stehen. Aber der Widerstand R3, der passt auf jeden Fall erstmal. Also diese Maschensätze, die sind, bis auf jetzt hier so kleine Schreibfehlerchen, die sind auf jeden Fall schon mal richtig aufgeschrieben. Das ist ja, könnte man jetzt sagen, auch nicht so wahnsinnig schwer. Ich meine, man schaut einfach, was da passiert. Hier stecken schon so ein paar Schritte drin, aber weil das jetzt schon da stand, wollte ich ganz gern mit der Lösung weitermachen. Also man hätte auch erstmal Spannung aufschreiben können für jede dieser Maschen, dann für die Spannung die Ströme einsetzen und für die Zweigströme oder das mit den Zweigströmen aufschreiben und für die Zweigströme dann eben diese drei gedachten Maschenströme einsetzen. Dann kommt man genau auf diese Gleichung. So, warum kann man jetzt dieses Gleichungssystem trotzdem, wenn man das jetzt so in Matrixform aufschreibt, nicht lösen? Warum ist der Student hier nicht mit weitergekommen? Naja, weil das so ein bisschen ungünstig geordnet ist, eben wieder mit gesuchten und bekannten Größen. Also wenn ich das versuche, wieder in der ähnlichen, ich hoffe, dass ich jetzt die gleichen Farben benutze wie vorher. Also wenn ich mal blau das umkreise, was gesucht ist, dann ist das hier nämlich überall der Strom I1 und der Strom I3. Also das sind alles gesuchte Größen und auch diese Spannung hier UQ2, die kennt man auch nicht. Aber das, was man kennt, was eine bekannte Größe ist, ist der zweite Maschenstrom. Der ist überhaupt gar nicht gesucht, weil dieser zweite Maschenstrom, der ist ja schon durch diese Quelle hier gegeben. Also der Strom hier, das ist ja schon der Strom I1 oder hier der Strom I2 in der Notation in dieser Lösung hier. Und das heißt, der ist, das ist eine gegebene Größe. Den muss man überhaupt nicht ausrechnen. Und was natürlich auch gegeben ist, ist die Spannung UQ1 hier an der Stelle. So, und das heißt, also scharf drauf geschaut, das passt schon. Wir haben ein Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten, nämlich I1, I3 und dieser Quellspannung hier. Das ist nur einfach ein bisschen ungünstig geordnet. Und das heißt, das ist jetzt so die, naja, Hauptschwierigkeit dieses verbleibenden Lösungsweges, das jetzt mal ein bisschen besser zu ordnen und aufzuschreiben, sodass man das eben lösen kann. Und das schreibe ich jetzt gleich wieder in Matrixform auf. Also ich mache mir mal hier unten eine schöne, große, lange Matrix, wo ich diese ganzen Einträge reinschreiben kann. Und die wird dann natürlich multipliziert mit dem Vektor der gesuchten Größen, der unbekannten Größen. Und das ist in dem Fall hier der Strom I römisch 1, der Strom I römisch 3 und diese Spannung UQ2 über der Stromquelle, über diese hier. So, und auf der anderen Seite des Gleichungssystems steht dann eben die rechte Seite. Da stehen bekannte Größen, da stehen im weitesten Sinne die Quellen. Da brauche ich hier, glaube ich, in diesem Fall auch ein bisschen mehr Platz. Wahrscheinlich wird das nicht mal reichen. Ich mache mal noch ein bisschen mehr Platz. So, und jetzt mache ich nichts anderes als unsere drei Maschensätze hier oben aus dieser Maschenstromanalyse Lösungsvorschlag jetzt geprüft und getestet hier unten hinschreiben und das ein bisschen ordnen. Also, wir haben eine Spalte für I1. Wir haben eine Spalte für I römisch 3. Und wir haben eine Spalte für dieses, das wird wahrscheinlich die kleinste sein, für das UQ2. Und jetzt übernehme ich und schreibe einfach die Werte ab. Also, in der ersten Gleichung haben wir hier R1, R3, R4 zu stehen. Steht hier R1, R3 plus R4. Klammer, Klammern brauche ich da jetzt nicht ummachen. So, dann der zweite Maschenstrom, der ist ja gegeben. Den muss ich jetzt auf die andere Seite rüberholen. Also, hier hinten das Minus UQ1 kann ich schon mal abschreiben. Und dann kommt da noch ein Minus R1 plus R3 mal IQ2. Da schreibe ich jetzt, übernehme ich gleich das IQ2 hier. Das ist ja dieser, das gibt ja diesen Maschenstrom schon fest vor an der Stelle. So, also das habe ich abgeschrieben, das habe ich abgeschrieben, das habe ich abgeschrieben. Jetzt fehlt noch das R3, also plus R3 mal IM3. Das Plus hätte man auch weglassen können, schreibe ich jetzt mal explizit mit hin. So, und das UQ2 taucht hier gar nicht auf in der ersten Gleichung. Da ist einfach der Faktor 0. Okay, erste Gleichung abgehakt, erste Maschensatz abgehakt. Es geht weiter mit dem zweiten Maschensatz. Da steht hier ein R1 plus R3. Okay, das kommt wieder auf die andere Seite rüber. Und dafür kommt das hier auch auf diese Seite rüber. Dann steht hier ein Minus 1 mal I02. Und ich schreibe erstmal vielleicht noch das hier hinten ab. Da steht ein R3 plus R5. So, damit haben wir auf der linken Seite der Gleichung ja alle Koeffizienten abgearbeitet. Jetzt müssen wir noch auf die Quelle schauen. Da steht auch wieder ein Minus UQ1. Und dann Minus diese Klammer mal den Strom IQ2 wieder. Also Minus R1 plus R2 plus R3 plus R5. Und deshalb brauchte ich da so viel Platz mal IQ2. Mal wieder den gesuchten, also den gebenden Maschenstrom, der durch diese Quelle schon vorgegeben ist. Okay, zweiter Maschensatz abgehakt. Jetzt kommt der dritte Maschensatz. Hier steht ein R3 mal den Strom I1. Das muss auf die andere Seite rüber. Dann steht hier ein Minus R3 plus R5 mal IQ2. Und hier steht noch ein R3 plus R5 plus R6. mal den dritten Maschensatzstrom. Und diese Spannung hier UQ2, die taucht hier wieder gar nicht auf. Die steht hier mit einer Null da. So, und das ist jetzt das Gleichungssystem mit drei Gleichungen und drei Unbekannten. Also, ich werde das jetzt trotzdem nicht von Hand lösen. Aber man hätte jetzt bei diesem Gleichungssystem zumindest schon mal mehr Spaß und bessere Chancen, das von Hand zu lösen. Und wenn man jetzt mal scharf drauf schaut auf dieses Gleichungssystem, dann stellt man fest, eigentlich ist das ja schon nur noch ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten, weil hier stehen ja schon zwei Nullen übereinander. Diese dritte unbekannte Größe UQ2, die taucht ja überhaupt sowieso nur in einer Gleichung auf. Also, letztendlich, wenn ich jetzt hier einfach Zahlenwerte einsetze, habe jetzt trotzdem keine Lust, das von Hand zu lösen. Ich löse das jetzt in Noctave. Aber, ähm, also, ich setze jetzt die Zahlenwerte hier ein, ja, und jetzt muss ich noch entweder hier eine Null erzeugen oder hier oder hier oder hier irgendwie noch eine Null erzeugen in diesem Gleichungssystem. Ähm, ich habe ein Gleichungssystem mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. Dann kann ich damit den Maschestrom I1 oder I3 ausrechnen. Ähm, daraus kann ich diese Spannung ausrechnen. Wenn daraus, also der zweite Maschestrom ist dann eh gegeben, dann kann ich daraus alle anderen Ströme, alle anderen Spannungen ausrechnen. Das ist jetzt viel, viel, viel schöner, schneller, einfacher, wenn man dieses Gleichungssystem lösen will. Dafür, wo Licht ist, auch Schattenhildrose hat auch Dornen. You can not have the cake and eat it. Ähm, dafür mussten wir jetzt irgendwie ein bisschen mehr Gehirnschmalz reinstecken, dieses Gleichungssystem hier überhaupt aufzustellen. So, und jetzt würde ich trotzdem noch, ähm, kurz gucken, ob das eben so passt und ob das so stimmen kann. Das heißt, ich suche mir ja wieder mein Octave vor. Kopiere mal, ähm, oder mache mal hier irgendwie Speichern unter und nenne das mal, ähm, ähm, Maschenstromverfahren. Und die Werte der Widerstände kann ich alle gleich lassen. Die Werte der Spannungsquellen sind natürlich auch gleich. Diese Matrix hier, die muss sich jetzt ändern. Diesen Vektor muss sich ändern. Und dann kommen da eben keine Zweigströme raus, sonst kommen Maschenströme raus. Und ansonsten, ähm, ja, funktioniert das mit der Matrizenrechnung so ähnlich, wie ich das schon in dem Video zur Zweigstromanalyse erklärt habe. Das lasse ich jetzt mal weg. Ich versuche jetzt einfach nur, diese Matrix hier abzutippen in mein Matlab, ähm, oder Octave-Fensterchen hier rein. Also hier steht R1 plus R3 plus R4. Dann steht da R3 und dann steht da eine Null. Dann kommen wir zur nächsten Zeile. Da steht R1 plus R3. Dann R3 plus R5 und eine Minus 1. Und in der letzten Zeile steht ein R3. Dann steht ein R3 plus R5 plus R6. Und nochmal eine Null. So, und jetzt muss ich mir das mal hier rüberschieben, damit ich die Quellen besser sehe. Nein, ich wollte das nicht groß haben. So, und in den Quellen steht dann eben ein Minus UQ1, ähm, Minus, in Klammern, R1 plus R3 mal IQ2. In der nächsten Zeile steht ein, da kann ich ein bisschen kopieren, weil das ja ein sehr ähnlicher Ausdruck ist, Minus UQ1. Und dann steht da R1 plus R2 plus R3 plus R5 mal IQ2. Und dann gibt es noch eine letzte Zeile. Und da kann ich wieder ein bisschen kopieren. Da steht dann ein R3 plus R5 mal IQ2. Naja, und ich meine dann, ähm, können wir das einfach lösen. Und ich klicke mal auf Run und auf Ausführen und hoffe mal, dass das durchläuft. Gut, und dann kommt hier irgendwas, auch eine Fehlermeldung, dass Zeile 13 Spalte 9 nicht funktioniert. Zeile 13 ist hier, ähm, R1, R3, R4, R3. Okay, achso, hier, hier ist, ähm, ein Semikolon, was eigentlich ein Komma sein müsste. Das bringt natürlich hier die Ordnung der Zeilen und Spalten durcheinander. So, und dann funktioniert das. Und dann kommt da was bei raus. Und das sieht jetzt auf den ersten Blick und auch auf den zweiten Blick schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich schiebe das mal wieder hier rüber, ähm, um, oder vielleicht hier irgendwie so in die Mitte. Das passt, glaube ich, ganz gut, um zu diskutieren, was hier passiert ist. Also, hier oben ist ja noch die Lösung von der Zweigstromanalyse. Aber ich nehme meinen Stift, dann sieht mein Mauszeiger ein bisschen besser. Dann waren das hier eben, war das der Strom I1, der Zweigstrom I3, I4, I5, I6 und die unbekannte Spannung über dieser Quelle. So, und hier kriege ich jetzt den Maschestrom I1 raus, den Maschestrom I3 raus und auch die Spannung über der Quelle. Und dann können wir erst mal sehen, die Spannung über der Quelle, 48,75 Volt passt zu den 48,75 Volt. Das sieht schon mal ziemlich gut aus. So, und dann ist natürlich das, was hier jetzt der erste Maschestrom ist, das ist der Strom, der hier fließt. Und jetzt können wir mal gucken, der Widerstand, der nur von dem Maschestrom I1 durchflossen wird, das ist dieser Widerstand hier an der Stelle, das ist der Widerstand R4. Und der Zweigstrom I4, den wir vorher ausgerechnet haben, der zeigt nach unten, unser Maschestrom, der zeigt jetzt nach oben. Also, dieser Wert hier sollte genauso groß sein wie der Zweigstrom I4, bloß mit umgekehrten Vorzeichen. Das ist ja hier der Zweigstrom I4, das war I1, I3, I4. Der Zweigstrom I2, das war ja genau der hier, der war auch gegeben durch die Quelle, deswegen ist der hier nicht mit drauf. Aber der Wert ist betragsmäßig genauso groß wie der Wert, dass die sich vom Vorzeichen unterscheiden, ist auch total logisch. Der Strom zeigt nach oben, der Strom zeigt nach unten, deswegen hier das Minus. So, und der dritte Maschestrom ist der, der hier oben fließt. Und jetzt können wir mal wieder gucken, der einzige Widerstand, der nur von dem dritten Maschestrom durchflossen wird, das ist der Widerstand hier oben an der Stelle. Ja, der Widerstand R6, hier zeigt der Strom nach rechts, hier zeigt der Strom auch nach rechts. Also, der letzte Strom sollte den gleichen Wert und das gleiche Vorzeichen haben wie der dritte Maschestrom, das passt auch. So, und das heißt, die Lösung stimmt, wäre auch sehr verwunderlich, wenn alle Gleichungen und so vorher stimmen, wenn das jetzt nicht der Fall wäre. Und jetzt ist vielleicht, also, das Gleichungssystem war kleiner, man brauchte mehr Aufwand, um das auszurechnen. Es ist viel einfacher, wäre jetzt viel einfacher gewesen, das von Hand zu lösen. Okay, Octave interessiert das nicht, ob das 3 oder 6 oder wie viel Unbekannte und Gleichungen das hat. Was jetzt an der Maschestromanalyse auch so ein bisschen so ein kleiner Nachteil ist, wenn mich jetzt noch die, wenn mich die anderen Ströme interessieren, dann muss ich natürlich jetzt noch so ein bisschen mit rechnen. Also, wir könnten jetzt gucken, wenn ich jetzt den Strom haben wollen würde, der hier durch den Widerstand 1 fließt, ja, durch den hier, dann wäre das ja die Summe von dem ersten Maschestrom und von dem zweiten Maschestrom. Also, wenn ich jetzt IM-Vektor 1 rechne, ich kopiere mir das mal, das lässt sich ja nicht kopieren, plus IM-Vektor 2, also die Summe vom ersten und zweiten Strom, nee, halt, den zweiten habe ich ja, der ist ja, das ist ja gar nicht der, da muss ich einfach IQ2 rechnen. So, dann sollte da, ähm, letztendlich, ah ja, und jetzt sehe ich schon mein Fehlerchen, also hier, der zeigt ja nach unten und der zeigt auch nach unten, der Strom zeigt ja aber nach oben, deswegen kommt hier genau das gleiche raus wie hier, bloß mit umgekehrten Vorzeichen. Also, eigentlich müsste ich das so rechnen, ja, und dann kommt da eben, ähm, der erste Zweigstrom raus. So, wenn ich den Strom haben möchte durch den dritten Widerstand, das ist dieser hier, so, jetzt mal aufgepasst, also dann brauche ich, ähm, den Maschestrom IM1 minus, weil der fließt hier nach links, den Maschestrom IM2 brauche ich auch minus, weil der fließt auch nach links, den Maschestrom IM3 brauche ich auch minus, weil der fließt auch nach links, um den Strom hier rauszubekommen, der nach rechts fließt. Also, ich brauche das und nochmal minus den dritten Maschestrom, das ist der zweite Eintrag in den Vektor, da muss man wirklich so ein bisschen aufpassen, was man macht. So, und dann kommen da 0,875 raus, das ist genau dieser Wert hier. So, den dritten hatten wir schon diskutiert, ja, das war ja genau dieser hier, äh, beziehungsweise dieser Eintrag. Den Strom IM5 kann ich noch kurz ausrechnen, der ergibt sich aus dem zweiten Maschestrom, das ist IM2 und dem dritten Maschestrom. Also, wenn ich jetzt einfach nur rechne, IM2, ne, das sind jetzt einfach nur Summen und Differenzen von diesen Maschestromen. Also, wenn ich den zweiten Maschestrom und den dritten Maschestrom zusammenrechne, so wie hier, dann sollte da genau der Wert für I5 rauskommen, da kommt er auch, das ist hier genau die 0,75, den letzten haben wir auch schon diskutiert. Ja, und so kann man eben über Summen und Differenzen aus den Maschestromen die Zweigströme ausrechnen. Ich habe jetzt nicht auf die Zeit geschaut, ähm, wahrscheinlich ist dieses Video und diese Lösung jetzt genauso lang, wie wenn man das mit der Zweigstromanalyse macht. Ähm, der Vorteil eben nochmal von dieser Maschestromanalyse, man kommt im Vergleich zur Zweigstromanalyse hier auf ein kleines Gleichungssystem mit weniger Gleichung und weniger Unbekannten. Im Normalfall so viele Gleichungen, wie es Maschen gibt. Dadurch, dass bei uns jetzt eine, ein Maschestrom durch diese Stromquelle schon gegeben ist, kommt hier ein Gleichungssystem raus, eigentlich nur mit zwei Gleichungen und zwei Unbekannten. Diese dritte Gleichung kann ich eigentlich ins Grad drücken. Ähm, hier stehen ja schon zwei Nullen übereinander. Und das war eben bei der Zweigstromanalyse ein bisschen anders. Hier kam dieses sehr große 6x6 Gleichungssystem mit 6 Gleichungen und 6 Unbekannten raus, das Fass von Hand deutlich schwieriger zu lösen ist.